hey leute willkommen zurück heute leicht angeschlagen also das wird das wohl die folge für dienstag ja wie ihr hört ist stimme immer noch sehr stark angeschlagen und ich hoffe mal dass das momentan für die folge ja noch ausgeht ich habe mich ein bisschen informiert und zwar können wir ein weiteres ziel abhaken wenn wir ein goldmanget nehmen eine karotte reinpacken und uns eine goldmanget also heute haben wir wieder ein ziel mehr geschafft das ist schon mal etwas es stehen noch einige sachen auf der liste ich hoffe meine stimme kriegt nicht so kaputt das wäre so moment ich rufe mal ganz kurz die liste auf also auf dem zweiten monitor so also kraften der goldene karotte haben wir bräuchten emeralds braucht man noch das heißt man das ist ganz einfach es ist die frage wo sind emeralds ich denke man diesen genauso selten die sind seltener soweit ich weiß als diamanten sind aber in der selben höher das klingt so kacke also ich entschuldige mich im voraus für eventuelle qualitative einbußen aber mich als momentan halt wirklich schwer erwischt deswegen kommt momentan auf dem kanal auch nicht so viel wie euch sicher aufgefallen sein sollte das liegt daran dass wir an sich also jetzt mit einer Schnoller in der nase es liegt daran dass wir an sich alle etwas krank sind und deswegen es langsam angehen lassen sobald es uns wieder besser geht kommt auf jeden Fall wieder deadpast 3 und ninokuni macht der prince macht dann auch weiter da kommt eventuell noch ja also es wird in nächster zeit viel passieren genauso kommt wohl auch noch rivals vom big flux ja und ich werde mal gucken was ich let's playen kann apropos ballstock wird dann auch weiter gehen auch wenn das leider keiner schaut was ich jetzt wäre das schade von an sich und ja mal gucken also wir suchen jetzt erstmal emeralds diese themen spiegerei ich finde das so super ein bisschen auf unseren hunger achten ich höre ein schleim das hört sich an als ob er sich entwichen würde komm her komm her komm stirb je zwei slime welle gut das heißt äh tierfeindlich haben wir auch schon wunderbar damit hätten wir an sich fast alles in dieser folge erreicht was ich erreicht wollte einen wir müssen hier lang so hinter mir auch wieder die kohle wieder mit das war dämlich das weiß ich dankeschön ich mache das mal musik an und ich hoffe dass sie einfach nicht so laut ist das ist ja immer dass ich doch nicht so genau weiß wie ich die lautstärke halten muss aber bisher hat sich auch noch keiner beschwert von dem her dann gehe ich einfach mal aus dass das okay ist wir brauchen mehr Steine nicht mit der Spitzhacke ich passt so und zack so ey also mir gibt es die Musik gerade etwas zu laut auf den Ohren so ach du scheiße fuck scheiße jetzt hätte ich mich weiter selber umgebracht kacke so Lava verschwinde dankeschön also da ist ich jetzt echt Schwein boah Gott ey ihr seht schon wenn man krank ist sollte man vielleicht nicht gerade Videos machen aber egal so da haben wir anscheinend das weggekramen achso nehmen wir mal ab jetzt Lazo Limit das war gerade ein harter Drop wir sind jetzt hier auf Höhe 14 gucken wir mal ob was hier so weitergeht wieso droppt denn das die ganze Zeit das ist doch scheiße boah ey ich nur wieder hat sich PCs also Leute falls irgendwann mal der Kanal eingestellt wird na gut wieder nicht aber äh falls ich irgendwann mal kein News mehr auf dem Rechner habe ich werde einfach dann auf Konsolen nicht playen auch wenn ich von Konsolen noch weniger halte als normalen PCs okay ist also vielleicht auch nicht die beste Lösung und hier war nun mal Gras na gut nehmen wir hier noch die Kohle mit noch ein paar Dias mehr wäre dann noch nicht verkehrt wir haben jetzt noch drei Stück glaube ich in der Kiste drin und mit den drei Stück können wir leider noch nix anfangen ey was hab ich denn hier für harte Ruckler drin ey also ich entschuldige mich auch dafür dass wenn die Pfeil wow 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 nachher leicht hakelt oder so äh ist nicht mit Absicht liegt eigentlich mehr daran dass der Rechner so ein bisschen Faxen grad schiebt im Ende liegt es vielleicht auch daran dass ich im Hintergrund noch render also ich render momentan Portal 2 aber für euch dürfte diese Info jetzt relativ uninteressant sein weil Portal 2 ab Sonntag wieder weiter geht und die Folge wird jetzt wohl erst Dienstag ne warte mal ne die Folge wird Sonntag oder? ja die Folge wird Sonntag kommen gut dann also ich reine noch mal mit Portal gut die eine Folge ist grad fertig gehindert gewesen deswegen hat es auch wohl so hart geruckelt das wissen wir darüber Bescheid und äh ja ich hoffe dass die Tage dann alles wieder ganz normal seinen Gang nimmt weil das wäre doch echt vorteilhaft gut wir müssen in andere Richtung ja ok ich sage dann habe ich einfach mal den Stein hier weg und äh so 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 bin wir etwas sicher hier mhm sind wir wieder hier und dann sind wir hier reingegangen ne ne und dann so quer hier rein ok dann haben wir hier noch Eisen und Kohlen liegen gelassen müssen wir natürlich jetzt noch mit da kommt ja nix sehr gut haben wir auch wieder ein bisschen Eisen oben im Hause der Zombie kann durch verrecken gehen also hätte ich nix gegen so jetzt ist der Zombie tot wunderbar ja wir müssen ja schon mit nach oben ein paar Brote besorgen ne wo kommt what the fuck vier Zombies auf einmal ja das stimmt hier war ja so eine riesige Höhle ne ja ja ein Skelett mit Goldhussi wow 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 fuck it scheiße es ist gerade Nacht das ist genauso scheiße jetzt hier trotzdem mal ein bisschen abpflanzen weil ich bruch die ach du scheiße ich hab die ja spitze verloren fuck ich hab gar keine Zeit hier rum zu stehen ich will ihn nicht verlieren ich will ihn nicht verlieren so ich will das alles eingesammelt haben oder so vamos also die Dier Spitzwecke ist mir schon recht wichtig weil äh die Matten haben wir momentan noch nicht im Öhrfluss eben weil ich mal so ein Stack oben in der Kiste habe so sei auch drauf geschissen auf die Spitzwecke oder es sei denn sie ist verzaubert ich werd wohl hier ne Technik anwenden die ich ganz Zeit bei Piest & Beast verwende und zwar dass ich die Sachen äh dass ich erst Bücher verzauber und ach ich hab meine Dier Spitzwecke wieder Puh Puh Findet er ist nicht langsam scheiße von euch? so ab nach oben Brot machen sonst gehen wir nochmal drauf und verlernen endgültig die Spitzwecke oder so ich sehe es kommen scheiße ey hop 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 lass mich hier hoch wo geht sie nicht achso so 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 oh Gott ey und das wir jetzt gerade mal richtig fehlen dass ich äh alles gelb getötet wurde liegt aber daran dass der Herr nicht genug es dabei sich hatte jetzt kackt ich schon wieder komplett ab das ist so doll ich hab auch gar keine Rüstung mehr ich könnte mal schwimmen dass ich mir mal eine komplette Eisenrüstung gemacht habe Moment zwei Kohle rein ich glaube wir erstmal auch hier raus Brote sechs Brote immerhin etwas dann hab ich da bitte schon ah ich weiß noch nicht meine Rüstung verloren habe jetzt jetzt erstmal gestorben bin hab ich ja die ganzen Sachen gesucht weil ich mich da verlaufen hatte deswegen wollte ich mir einen Kompass machen ja sowas haben wir in dieser Folge relativ viel und relativ wenig gleichzeitig geschafft in der nächsten Folge mach ich dann endgültig den Kompass weil mir fehlt noch Gold dafür ja mir fehlt Gold das heißt ich muss äh nächste Folge definitiv Gold versammeln das heißt es geht wieder runter in die Höhle wir machen wieder das gleiche und dann gucken wir mal ok würde ich sagen machen wir das so ähm ich begebe mich jetzt zurück auf den Titelscreen tadaaa und ich wünsche euch noch was lasst ein Abo da wenn es euch gefallen hat guckt euch die anderen Folgen an die anderen Projekte sag ich mal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal tschö bis zum либо bis zum либо bis zum